Jau, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 mit Spanien. Ja, weiter geht's bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Und zwar steht der letzte Spieltag in der Gruppenphase an. Wir müssen gegen die Niederlande, und wenn wir ganz kurz auf die Tabelle schauen, da sehen wir schon, ja, die Niederlande ist überraschenderweise schon raus, weil die Türkei ist mittlerweile auf Platz 1, Polen auf Platz 3, wir sind auf Platz 2. Und ja, gegen die Niederlande wird es auf jeden Fall jetzt unser entscheidendes Spiel werden. Und ja, weil wir sind noch nicht sicher weiter für das Viertelfinale. Gut, wir spielen Rot, Niederlande Blau, okay. Kurz Blick auf die Aufstellung, ja, ich habe natürlich wieder ein bisschen umgebaut. Diego Costa jetzt wieder zurück in der Startaufstellung, genauso wie Jesus, Navas und David Silva, weil ich baue einfach ein bisschen um, ich muss eben auf meine Spiele schauen, weil ich habe eben nicht so viele dabei, und wenn sie da irgendwie einer großartig verletzt, dann muss ich erst mal schauen, wie ich den irgendwie ersetzen könnte. Gut, aber soviel dazu, jetzt geht's los, der letzte Spieltag, Spieltag Nummer 3, das Top-Spiel Spanien gegen die Niederlande. Los geht's! Und damit herzlich willkommen hier zum letzten Spieltag der Gruppe D. Spanien gegen die Niederlande, so heiß diese Begegnung heute. Und ja, wir wissen, beide Teams haben sich schwer getan. Die Spanier, die sind Montan auf Platz 2, die Holländer, die sind allerdings schon raus. Ja, die dürfen nach diesem Spiel nach Hause fahren. Natürlich eine riesen Enttäuschung für die Holländer, dass sie jetzt schon nach Hause fahren müssen, aber sie haben es einfach nicht geschafft. Null Punkte nach zwei Spielen bedeutet das vorzeitige Ausgleichs in der Gruppenphase. Ja, so schnell kann es gehen. Die Spanier dagegen haben noch eine gute Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Simontan auf Platz 2 mit einem Sieg am heutigen Spieltag oder mit einem Unentschieden hätten sie sogar auch schon das Viertelfinale sicher. Denn im Parallelspiel spielt ja Portugal, äh spielt Polen gegen die Türkei. Und ja, so jetzt sind wir erstmal die Hymne der beiden Teams. Erstmal die spanische Hymne. Da sehen wir schon Sergio Ramos natürlich heute wieder mit der Kapitänsbinde. Ja, die Spanier beim letzten Mal gegen die Polen, gerade noch so konnten sie das Ding gewinnen. In den letzten fünf Minuten haben sie das toll gemacht. Und hier sehen wir, ja, die enttäuschten Holländer. Sie sind wirklich sehr enttäuscht, dass sie so früh nach Hause fahren müssen. Haben wirklich ein Weltklasse-Team, muss ich sagen, mit Arjen Robben, Van Persie, Wesley Snyder, D-Pay haben wir auch gesehen. Er ist ganz jung, Thailand Memphis, D-Pay, seine erste Europameisterschaft. Und dann gleich in der Gruppenphase raus, das ist natürlich ganz, ganz traurig für ihn. Und jetzt sehen wir es, Arjen Robben. Es wird auch wahrscheinlich seine letzte Europameisterschaft gewesen sein. So, hier sehen wir jetzt erstmal die Aufstellung der Spanier. Ja, wieder deutlich verändert im Gegensatz zum Spiel gegen die Polen. Aber das System bleibt meistens das gleiche. Sergio Busk jetzt wieder mal vor der Abwehr. Isco hinter den beiden Stürmern heute Diego Costa und Susa Eta, die Stürmer. Und hier sehen wir die Aufstellung von der Niederlande. Ja, da sehen wir schon 4-3-3-System, D-Pay, Robben, Van Persie ganz vorne, Blint, Van Ginkel und Wesley Snyder. Also, sie haben wirklich eine Wahnsinns-Nationalmannschaft, die Niederlande. Aber wir begreifen es einfach nicht, warum die es wieder nicht geschafft haben. In den letzten Jahren waren sie immer so gut dabei. Da haben sie es immer ein bisschen ins Halbfinale, beziehungsweise ins Finale geschafft. Aber dieses Mal ist in der Gruppenphase Schluss. So, der Engländer leitet diese Begegnung heute. Robben schaut sie nochmal um. Ja, er muss leider nach Hause fahren. Spanien hat Anschluss und man kann jetzt losgehen. Spanien gegen die Niederlande. Das Topspiel zum letzten Spiel dieser Gruppenphase bei der Europameisterschaft. Ja, wir sind natürlich gespannt, wie das hier heute ausgeht. Wir werden natürlich auch nach diesem Spiel drauf schauen, wer denn dann alles im Viertelfinale dabei ist und vor allem wie dann, wer gegen wen muss. Das wird natürlich noch spannender. Vielleicht droht uns jetzt schon ein Hammer los, wenn wir weiterkommen sollten. Oder vielleicht scheitern wir ja aus. Wir wissen alles noch nicht. Wenn wir heute verlieren sollten und die anderen spielen auch falsch, dann könnten wir heute vielleicht sogar rausfliegen. So, jetzt hat es ja schon Sergei Buskitz die Ball. Weiter geht es zu Susaeta. Susaeta auf dem Weg nach vorne. Die Abwehr sieht da nicht gut aus. Schön gemacht von Susaeta. Das ist die Chance für die Holländer. Und das ist das 1 zu 0. Susaeta. Da geht er durch. Und macht für die Spanier das 1 zu 0. Das ist das 1 zu 0. Die Abwehr sieht da gar nicht gut aus. Und er ist mit ganz viel Gefühl ins Tor geschoben. Der Torhüter kommt da nicht ran. Mit ganz, ganz viel Gefühl von Susaeta. Und das ist das 1 zu 0 für die Spanier. Klasse gemacht. Ja, wir können uns noch zurückerinnern. Es gab ja damals das WM-Finale. Ich glaube 2006 in Deutschland war es. Ja, da wo die Spanier Weltmeister wurden im Finale gegen die Holländer. Oder war es 2010? Da bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ne, ich glaube 2010 war es. Stimmt, 2010. Sorry, war gerade ein bisschen verwirrt. 20, also 2010. Da war das Finale. Holland gegen Spanien. Da konnte sich die Spanier durchsetzen. So, aber heute wieder die Spanier in Front. Und sie kriegen den Einwurf über David Silva. Weiter geht es nach hinten zu Sergio Ramos. Ja, Ramos. Der, was das entscheidende Tor gegen die Polen gemacht hat zum 1 zu der 85. Minute. Unglaublich noch bis heute. So, jetzt van Persie mit dem Ball. Aber die Fahne ist bereits oben. Freistoß für die Spanier. So, jetzt Sergio Ramos mit der Kapitänsbinde. Da geht es zu Gerard Piqué. Piqué zu Isco. So, jetzt Isco am Ball. Isco setzt sich durch. Schön gemacht von Isco. Isco. Aber dann sind es einfach zu viele. Wird er von den Beinen geholt. Und bleibt er sogar angeschlagen liegen. Isco tut es weh. Nächste Aktion abgepfiffen. Weil da einer wieder im Abseits schaut. Oh, Van Ginkle und Sergio Buschke. Sie kommen sich ja ganz schön in die Quere. Und Isco, ja der steht ganz, ganz zögerlich wieder auf. Es gibt übrigens Freistoß für Holland. Und Isco muss behandelt werden. Wir sehen ihn unten auf Höhe der Mittellinie hocken. Isco muss behandelt werden. Das heißt, die Spanier momentan nur zu 10 auf dem Platz. Aber im Ball bist du jetzt. Über Jesus Navas. Ja, da geht es zu Susa Eta. Der da ist es 1-0 gemacht. Dies ist wichtig 1-0. Und er versucht es wieder. Geht wieder durch. Nein, dann geht er zu Diocosta der Ball. Diocosta, Fritza den Ball. Aber Jesus Navas holt ihn sich nochmal. Jetzt Jesus Navas. Geht zurück zu Isco. Isco ist hier dabei. Aber er ist angeschlagen, sehen wir. Den müssen wir wahrscheinlich gleich raus. Und ganz, ganz bitter, wenn der jetzt ausfallen würde. Starker Spieler ist es. Und jetzt Jordi Alba. Sucht die Anspielstation. Findet erstmal David Silva. David Silva mit der Flanke in die Mitte. Die kommt gefährlich. Die kommen ganz schön schnittig rein. Aber die Abwehr bei den Hauländer. Steht konsequent gut. Weiter geht es über Wesley Snyder. Weiter geht es zu Büttner. Büttner. Der zu Van Parsi. Van Parsi zu Dipey. Dipey zu Van Parsi. Van Parsi. Schöne Position. Legt raus zu Büttner. Büttner mit der Hereingabe. Oh, ist die gefährlich. Und das ist fast ein Eigentor. Das ist fast ein Eigentor. Ich glaube, wir sehen es nicht nochmal. Aber das ist ja fast ein Eigentor gewesen. Hier nochmal das Tor von Sazueta. Oder Sousaeta. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. So, und jetzt gibt es Eckball. Oh, das ist ja echt fast ein Eigentor gewesen. Da hat man viel Glück. Jetzt auf jeden Fall Eckball für die Holländer. 20. Minute. Eckball kommt ein bisschen missraten. Jawohl. Da kommt keiner so richtig ran. Ein bisschen wirklich komplizierte Ecke. Aber Einwurf gibt es für die Spanier. Schnell ausgeführt. Da ist Diego Costa sofort da. Diego Costa. Aber dann verliert er den Ball. Und Sousaeta kommt da auch nie mehr ran. Und deswegen die Holländer wieder am Ball. Natürlich, Holland will nicht mit 0 Punkten einfallen. Das wäre natürlich die Wahnsinnsblamage. Isco ist immer noch angeschlagen. Damit müssen wir jetzt raus. Nee. Isco ist kaputt. Geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Juan Marta oder Cesc Fabregas. Wie würde ich sagen? Juan Marta darf Isco rein. Schade, schade. Das Spiel ist nach 20 Minuten für Isco vorbei. Er muss raus. Ihm tut es weh. Ja. Sieht nach Knöchel aus. Es geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr weiter. Juan Marta kommt jetzt für ihn ins Spiel rein. Und weiter geht es mit Freistoß für die Niederlande. Jetzt Van Giekel. Marco Van Giekel. Weiter geht es zu Arjen. Robben. Robben. Schöne Flanke. Wunderschöne Flanke. Heieiei. Und da wäre fast einer da gewesen zum Einnetzen. Und Holland macht Druck. Die Niederlande drückt nach vorne. Jetzt über Memphis. Die Pay. Die Pay. Will in die Mitte rein. Der Schuss wird nicht geblockt. Jetzt Robben. Robben. Schöner Schuss. Und der Nachschuss kommt nicht durch. Aber nochmal eine Riesengefahr. Und jetzt ist er nicht draußen. Jetzt Juan Marta. Flazi-Kontor-Chance für die Spanier. Aber die Holländer stehen trotzdem hinten noch mit einer Vierer-Abwehrkette drin. Aber Diego Costa macht das gut. Jetzt Diego Costa. Costa. Immer noch Costa am Ball. Diego Costa zieht tot. Diego Costa. Und da verspringt die ein bisschen dabei. Und der Verteidiger ist da. Und nimmt ihn konsequent den Ball ab. Schade. Das wäre schön gewesen, wenn er da durchgekommen wäre. Diego Costa. Aber war leider nichts. Einwurf. Schnell ausgeführt von den Spanien. Aber leider nicht konsequent genug. Deswegen die Holländer wieder zurück am Ball. Über Van Ginkel. Weiter geht es zu Memphis. Die Pei. Ganz junges Talent. Ist sehr, sehr umworben. Muss man sagen. Und haben beim PSV Eindhoven. So, jetzt Memphis. Die Pei. Die Pei mit der Flanke. Die kommt gut. Und da ist Van Parisi. Und da ist der Ausgleich. Es ist Arjen Robben. Der hier den Ausgleich für die Holländer macht. Es hat sie angedeutet. Die Niederlande war stark. Die Niederlande war überragend. Memphis. Die Pei. Van Parisi trifft nur die Latte. Und ja. Da kommt Montoya nicht mehr vor Robben ran. Und der künstlerisch wie den Ball reinmacht. Könnte man sogar auch als hohes Bein auch werten. Weil so hoch wie das Bein war. Aber egal. Der Ball ist im Tor. Der hier ist geschlagen. 1 zu 1. Schade. Die Führung ist weg. Robben mit dem ersten Tor bei dieser Europameisterschaft. Und dann steht es mal dann unentschieden. Aber das würde den Spanien jetzt auch nicht so extrem wehtun. Weil momentan auch bei dem Unentschieden wehren sie weiter. Egal was die Konkurrenz macht. Sie wehren trotzdem weiter. Und jetzt kommt wieder. Ah schade. Ball geht um wieder zu Robben. Aber da holt sich Jesus Nabas den Ball von Robben. Jetzt Nabas. Nabas mit der Chance. Geht spitze auf die Torwart zu. Wow. Und der zieht ganz schön drauf. Der Ball geht noch auf den langen Pfosten. Aber das war eine richtig schöne Chance. Da waren es Zentimeter. Unglaublich. Jesus Nabas. Wunderschöne Schusstechnik. Dass der so gefährlich wird hätte ich nicht gedacht. Schöner Schuss von Nabas. Aber es bleibt hier beim 1 zu 1. Ja jetzt sind wir natürlich gespannt. Müssen hier die Spanien jetzt wieder ein bisschen mehr machen? Oder verlassen sie sich auf dieses knappe 1 zu 1? Jetzt zu Saita. Zu Saita mit dem Ball zu David Silva. Da kommt David Silva nicht dran. Aber es gibt Einwurf, weil Van der Wilde den Ball direkt ins Aushaut. Deswegen ist Einwurf für die Spanier. Jetzt die Diego Costa. Weiter geht es zu Jordi Alba. Jordi Alba ist die Mitte. Juan Mata. Weiter geht es zu Jesus Nabas. Der gerade einen wunderschönen Schuss abgegeben hat. Nabas. Nabas im Strafraum. Aber wird konsequent vom Ball getrennt. Keine Chance da irgendwie durchzukommen. Die Spanier bleiben am Drücker. Scheinbar wollen jetzt die Spanier wieder ein bisschen mehr Druck machen. Komm über David Silva. Jetzt David Silva. Wohin mit dem Ball? Immer noch am Ball. Sieht jetzt Juan Mata. Mata mit dem Ball. Liebe Teara. Kommt zu Saita nicht ran. Aber er bekommt ihn nochmal. Jetzt zu Saita nochmal. 1 zu 0 hat er gemacht. Legt jetzt 2 zu Hilfe auf Diego Costa. Ah Costa hat auch nicht seinen Tag. Jetzt Van Ginkl. Holland bekommt jetzt nochmal eine Chance zum Konter über Blind. Blind zu Van Ginkl. Schön gespielt. Robben ist nicht mit vorne. Der braucht noch ein bisschen. Und jetzt der Ball zu Van Parsi. Robin Van Parsi auf dem Flügel. Weiter geht es zu Robben. Da haben wir ihn endlich. Arjen Robben. Aber dann kommt Jordi Alba dazwischen. Erstmal der weite Befreiungsschlag. Landet aber direkt beim Holländer. Jetzt zu Saita. Da kommt er nicht durch im Zweikampf. Aber er kriegt den Freistoß. Jesus Namas wird ihn schnell ausführen. Konterstrahl ist vielleicht für die Spanier. Ist schön gemacht. Zu Saita. Zu Saita. Auf dem Weg zum Tor. Zu Saita. Sessi im Laufdorch. Zu Saita. Zu Saita. Zu Saita. Und das ist es nicht. Verzieht den Ball so stark im Abschluss. Eieieiei. Den haut er weit vorbei. Das war sein schwerer Fuß. Den haut er weit vorbei. Glück hier für die Holländer. Dass es beim 1 zu 1 bleibt. Ganz, ganz große Chance. Jetzt hier ein bisschen getummelt in der Mitte. Schiedsrichter lässt es weiterlaufen. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ist eigentlich schon abgelaufen. Müsste jetzt eigentlich langsam mal abpfeifen, der Schiedsrichter. Tut es nicht. Jetzt pfeift er mal ab. Jetzt pfeift er ab, oder? Nein, pfeift nicht ab. Zu Saita. Riesenchance. Komm schon. Jetzt irgendwie. Deo Costa in der Mitte. Costa. Komm schon. Costa. 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 Jawohl. Das zählt nicht. Es zählt nicht. Wir haben den Pfiff gehört. Nein, das zählt nicht. Costa war ein Abseits. Nein, 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 nein. Ach komm schon. Der ist auf fast gleiche Höhe. Mann, ey. Und das Tor zählt nicht. Das war ein bisschen zu leichtfertig hergeschenkt. Da hätte vielleicht Sousa Eta früher den Ball zu Costa spielen müssen. Oh, das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Und jetzt gehen wir so in die Halbzeitpause. Jawohl. Zur Halbzeit steht zwischen Spanien und Holland. 1 zu 1. Die Spanien kam früh in Führung durch diesen Mann hier, durch Sousa Eta. Aber Arjen Rom hat ausgeglichen in der 33. Minute. Ja, so schaut es momentan aus. Und oh, Türkei gegen Polen 1 zu 1. Ja, würde uns auch, ja, wäre das für uns nicht so schlimm. Gut, Fitness schaut da relativ gut aus. Gut, dann machen wir gleich weiter. Also es ist ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Offenes Spiel. Beide Teams geben Vollgas. Und jetzt geht es weiter in die 2. Halbzeit los. Spanien gegen Holland. Wir sind gespannt. Wer kann sich hier am letzten Spiel die drei Punkte holen? Schaffen es die Spanier? Oder machen es die Holländer? Jetzt kommen wir schon mal Robby von Persi. Weiter geht es zu Arjen Robben. Robben wird gestoppt von Montoya. Montoya haut den Ball auch schon nach vorne. Zu Sousa Eta. Der macht jetzt richtig Wirbel. Weiter geht es zu Marta. Huamata, der kommt nicht hin. Aber da kommt vielleicht Diego Costa nicht mehr hin. Schade. Schade, schade. Beide kommen nicht dran. Einwurf gibt es für die Spanier. Diego Costa macht sofort den Einwurf. Will hier das Tempo hochhalten. Jetzt der Ball zu Sergio Busch. Weiter geht es zu Jordi Alba. Viel Platz für Jordi Alba. Oh, hartes Faustspiel. Ja. Das ist gelb. Das muss eigentlich gelb sein. Schiedsrichter erlässt. Oh, zeigt er noch die gelbe Karte? Ich glaube nicht. Ne, zeigt keine gelbe Karte mehr. Freistoß nun für die Spanier. 29 Meter. Mal schauen, wie wir da denn so haben. Costa kann draufhämmern. Susa Eta kann platzieren. Ja, Susa Eta. Ich bin überragend geschützt. Hab ich leider nicht. Obwohl, David Silva kommt schon. Mit dem Linksfuß kann ich es aber aus der Position nicht. Da brauche ich schon den Rechtsfuß. Hallo. Will mein Schützen auswählen. Hallo. FIFA. Hallo. Danke. Mit Susa Eta. So, probieren wir es mal. 29. Ey. Was soll denn der? Ah, die kriegt gleich so nice. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nur den Schützen ausgewählt. Nichts habe ich gedrückt. Ich habe wahrscheinlich FIFA ein bisschen zu lang gebraucht. Aber wenn die es nicht auch frei bringen. Boah, Kotze ist gerade. Jetzt Chance. Costa kommt schon. Oh, der kommt. Der kommt. Aber der geht vorbei. Der geht vorbei. Aber es gibt Eckball. Eckball für die Spanier. So, Eckball kommt von Susa Eta. Da ist wieder Sachi. Ramos mit vorne. Ramos. Ball geht übers Tor drüber. Abstoß für die Niederlande. Ah, der Freistoß, der ärgert mich, dass der von FIFA automatisch ausgeführt wurde. Nur weil die ein bisschen länger gebraucht haben, weil die mit meinen Spielern da auswählen haben wollen. Lassen tun. So weiter. So, jetzt kommt die Niederlande über Arjen Robben. Robben, ein Tuch hat er gemacht. Der will natürlich heute nicht verlieren. Der will heute nicht verlieren. Oh, schöner Ball zu Van Parsi. Und De Gea ist da. De Gea nimmt den Ball vor seinem Teamkollegen bei Manchester United. Den Ball ab. Und jetzt kommt David Silva. David Silva auf die Weg nach vorne. David Silva. Erfolg von Van der Veel. Gregor Van der Veel. Schön gemacht von David Silva. In der Mitte ist Theo Kossett. Jetzt den vielleicht. Eine schöne Flanke. Die Flanke ist gut. Aber da kommt keiner hin. Der Ball geht einfach irgendwie so ein bisschen durch den 16er durch. Keiner kommt hin. Stunde ist hier gespielt. 1 zu 1 immer noch. Aber wir sehen ein spannendes Spiel. Beide Teams schenken sich hier nichts. Für Spanien geht es um alles. Die Niederlande, die wollen hier mit Ehre rausziehen. So, und jetzt Juan Marta. Jetzt die nächste Scheibe für Spanien. Juan Marta aber sofort verfolgt von Indy. Und das ist ein Faulspiel. Jawohl. Ist es ein Elfer? Jawohl, es ist ein Elfer. Der Schiedsrichter sagt, der Ball, der gefaulte Spieler war im Strafraum. Und es ist Elfmeter. Indy sieht noch die gelbe Karte. Bruno Martins, Indy. Und es gibt Elfmeter für die Spanier. Marta. Ja, es war knapp. Also es war auf der Linie. Aber die Linie zählt zum 16er dazu. Und damit ist es ein Elfmeter. So, jetzt die Chance für die Spanier, das 2 zu 1 zu machen. So, Nigel De Jong kommt. Von Ginkel geht raus. Und jetzt Diego Costa übernimmt diese Verantwortung. Diego Costa gegen Krul. So, Diego Costa lässt sich Zeit. Diego Costa. Costa kommt schon. Costa. Jawohl. Der Torwart hat die richtige Ecke. Aber Costa ist das egal. Er macht das 1. 2 zu 1 für die Spanier. Diego Costa mit der Führung für die Spanier. Klasse gemacht von Costa. Der war knapp. Aber er war drin. Der Torwart hat die richtige Ecke. Aber Costa hat den stark platziert. Und vor allem stark geschossen. Ein bisschen zu spät vielleicht für die Richtung entschieden. Der Torhüter. Und deswegen ist der Ball im Tor drin. Jawohl. De Gea freut. Spanier geht wieder in Führung. Diego Costa. Sein erstes Tor bei dieser Europameisterschaft. Ja, bis jetzt waren die Spanier noch nicht so die Torjäger bei dieser EM. Das ist das vierte Tor aus dem dritten Spiel. Und wir wechseln jetzt natürlich auch gleich mal ein bisschen aus. Ich würde sagen, Pedro darf für David Silva rein. Außerdem, ähm, ja, ich weiß noch nicht, was sie so bringen soll. Ich würde sagen, Cesc Fabregas für Sergio Busquets. So, weiter geht's. Doppelwechsel bei den Spaniern. Jetzt soll natürlich die Führung über die Bühne gebracht werden. 2 zu 1 nun für die Spanier. Und jetzt geht's weiter mit Anstoß für die Holländer. Und die werden jetzt natürlich nur mal schauen, dass sie hier nochmal zurückkommen. Sie wollen nicht mit drei Niederlagen bei dieser Europameisterschaft rausfliegen. Heimfahren müssen sie so oder so, aber nicht mit drei Niederlagen. Das ist die Höchststrafe. Jetzt kommt nur Diego Costa. Costa, weiter geht's zu Juan Mata. Da, der sieht aus, Pedro. Pedro frisch im Spiel. Der ist natürlich nur frisch. Jetzt Pedro. Ah, da kommt er nicht durch, aber Jordi Alba kann nachsetzen. Jetzt Jordi Alba. In der Mitte ist Juan Mata. Ah, da kommt Juan Mata nicht dem Ball entgegen. Deswegen schnappt sich Holland wieder den Ball über Strudman. Strudman. Weiter geht's zu Van der Veel. Van der Veel, viel Platz jetzt für die Holländer. Robben mit dem Ball zu Strudman. Der legt zurück für Wesley Snyder. Snyder immer noch einen Ball dazu. Oh, und jetzt ist es eng. Oh, Gott sei Dank kommt da der Heer raus. Da war Memphis Deeper ziemlich freigestanden, wenn der Ball da weitergelaufen wäre. So, jetzt Pedro mit dem weiten Ball. Der war zu weit. Der war ein bisschen zu weit für Diego Costa. War gut gedacht. Costa wäre schön durchgelaufen, aber leider nicht. Oh, und was für ein Fehler vom Torhüter. Was für ein Fehler jetzt? Costa, komm schon. Diego Costa vielleicht zur Entscheidung. Und es gibt nochmal Elfmeter. Jawohl. Nochmal Elfmeter und das müsste jetzt so eigentlich rot sein. Und jawohl, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Es ist rot. Ganz, ganz klare Entscheidung. Rote Karte hier. Für Indy. Gerade noch den letzten Elfmeter vorursacht. Und jetzt. Ja gut, der Torhüter darf einfach nicht so einen Fehler machen. Und Costa fällt hier wieder. Und das könnte jetzt die Entscheidung sein. Diego Costa schnappt sich wieder den Ball. Der letzte Elfmeter war knapp drin. Mal schauen, ob er den jetzt souveräner macht. Diego Costa gegen Krul 2.0. Jetzt wieder Costa. Diego Costa. So zieht die andere Ecke aus. Jawohl. Dieser macht das besser. Diego Costa zum nächsten. Zum 3 zu 1 zur Entscheidung. Spanien steht im Viertelfinale. Schickt Krul wieder in die andere Ecke. Aber diesmal schießt er nach rechts und nicht nach links. Klassik macht von Diego Costa. Aber das ist ein zweiter Treffer bei dieser Europameisterschaft. Und das ist natürlich ein wichtiges Tor für die Spanien. Und damit stehen sie im Viertelfinale. Weil ich glaube kaum, dass die Holländer jetzt noch drei Tore schießen. Drei Tore. Dann hätten... Dann wäre noch mal eine richtige Fahrt für Spanien. Aber so müsste das gewesen sein. Wir werden natürlich gleich noch mal drauf schauen nach diesen letzten Minuten. Wer denn alles weitergekommen ist. Und vor allem gegen wen wir dann im Viertelfinale müssen. So ist es immer die Chance für Robben. Robben aber fehlpass. Und Spanien macht das gut. Oh, die Heer. Oh, das war knapp. Aber ging die Reihe noch mal so gut. Jetzt Sarcheramos. Und es ist tatsächlich wahr. Die Holländer fahren hier tatsächlich mit drei Niederlagen. Das muss er sich mal überlegen. Mit drei Niederlagen nach Hause. Das ist eine harte Nummer. Aber so ist es. So, ein Wurf ist ausgeführt. Jetzt ist es Fabregas. Auf die einen Seite. Jesus Navas komplett frei. Navas. Oh, kommen die vorbei an seinem Verteidiger. Wenn er da vorbeikommt, dann gibt es wahrscheinlich noch das vierte. Dann gibt es hier vielleicht noch eine Packung für die Niederlande. Aber jetzt kommt Diepe. Memphis Diepe. Er hat sich so viel vorgenommen für diese Europameisterschaft. Jans junges Talent. Und jetzt nochmal Freistoß für die Holländer. Lassen sich ja jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Es geht ja jetzt um nichts mehr vor Holland. Jetzt geht es wirklich um nichts mehr. So, jetzt Van Parasy. Van Parasy schnappt sich dann noch zwei Spieler dazu. Robin Van Parasy springt drüber. Schön vorgelegt zu Robin. Robin zurück zu Snyder. Ja, da kommt nichts dabei raus. Da kommt letztendlich dann doch nichts dabei raus. Aber jetzt nochmal die Chance. Holland drückt nochmal zumindest auf das 3 zu 2. Jetzt Diepe. Legt mit der Hacke zurück zu Nigel de Jong. De Jong. Wohin? De Jong. Greche kommt von Ramos. Und es gibt nochmal Eckball für die Holländer. Ne, es gibt nicht mehr Eckball. Ne. Stark gemacht von Ramos. Irgendwie geht der Ball auch nur zum Gegner und dann ins Aus. So, und jetzt erleben wir hier die letzten 5 Minuten. Endlich ist wieder mal Spanien in der Endrunde angelangt. Ja, sie haben die Gruppenphase überstanden und sie stehen damit im Viertelfinale. Das haben sie in Brasilien nicht geschafft. Und jetzt kommt Jesus Navas. Navas auf den Weg nochmal nach vorne. Navas. Schön gemacht. Jesus Navas. Mit dem Ball in die Mitte. Nur mal die Chance. Zum nächsten. Da ist wieder Costa. Dio Costa. 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 Das ist auf jeden Fall nochmal Eckball. Das ist auf jeden Fall. reiße. So, jetzt noch ein Hundteller. Hundteller jetzt mit dem Spiel drin droppen. Mit dem kläglichen Abschluss nochmal. In die guten Bayern-Zeiten, da hat er die Dinger reingemacht. Aber bei Holland möge ihm das nicht gelingen. So, Schießere, pfeift er in die ab. Komm, wir haben noch nichts mehr. Aber trotzdem kommt noch mit Spanien. Jo, Pedro. Pedro, wohin? Pedro. Hat alle Zeit dabei. Pedro mit dem Ball. Aber da kommt... Und das Spiel ist aus. Jawohl. Jetzt ist es aber aus. Jetzt ist es aber aus. Und Spanien steht im Viertelfinale. Herzlichen Glückwunsch an die Spanier. So, jetzt schauen wir gleich drauf. Wen haben wir denn zugelost bekommen? Wie viel sind wir denn weitergekommen? Das macht natürlich auch einen Unterschied. Gut, ähm... Was haben wir denn alles? Also, wir waren... Ja, wir waren das bessere Team. Was soll man dazu sagen? Holland war in der 2. Halbzeit am Boden. Susa Eta, bester Mann. Heute kostet er auch mal gut. Und die Polen gewinnen. Das heißt, Polen ist sogar weit und die Türkei sind raus. Okay, da schauen wir mal ganz kurz drauf. Ähm, auf die letzten Momente, bevor wir das Viertelfinale sehen. Ich habe es jetzt schon gesehen, aber egal. Wir zeigen es gleich nochmal. So, dann schauen wir auf die letzten. Ähm, wo haben wir sie denn? Also, wir sind... Moment, ich muss noch ganz kurz durchschauen. Wir sind da. Also, Österreich gewinnt gegen Nordirland und Schweiz gegen Bulgarien. Damit sind Österreich und die Schweiz weiter. Belgien gewinnt und Italien gewinnt. Damit müsste, glaube ich... Da müssen wir, glaube ich, nochmal draufschauen, wer denn da raus ist. So, Deutschland gegen Frankreich unentschieden. Tschechien gewinnt gegen Norwegen. Damit sind Deutschland und Frankreich natürlich weiter. Aber Frankreich nur als Zweiter. Tschechien und Spanien gewinnt 3 zu 1. Polen gewinnt 3 zu 2. So, und jetzt schauen wir mal drauf, was die Gruppentabelle sagt. Äh, Moment. So, hier sind wir. Also, Österreich ist erst der weiter. Schweiz als Zweiter. Italien... Oh, und England ist raus. Das Mutterland des Fußballs ist mal wieder raus. Italien und Belgien sind weiter. Deutschland und Frankreich sind weiter und Spanien und Polen. So, und jetzt schauen wir drauf. Jetzt kommen eigentlich das, was Sie sehen wollen. Die Auslosung für das Viertelfinale und wir haben bekommen, jawohl, den Gastgeber! Wir haben den Gastgeber bekommen. Und ja, so eine interessante Begegnung, muss ich sagen. Also, Österreich gegen Belgien, Deutschland gegen Polen, Italien gegen die Schweiz und die Spanier gegen die Frankreich... äh, gegen die Franzosen. Gut, aber das sehen wir erst beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht. Spanien gegen Frankreich. Gut, da sind wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir sind im Viertelfinale. Noch zwei Spiele, dann stehen wir im Finale. Das ist unser Ziel und dann den Pokal holen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!